In GTA 5 Online wird bald ein Halloween-Update erscheinen. Passend dazu werden wir gleich zwei neue Events bekommen. Im ersten Event wird es einen Killer geben, der dich jagen wird. Es gibt gleich vier Charaktere, die erscheinen könnten. Wir haben den Fahrer, den Psycho-Clown, den Slasher und den Psychopathen. Im zweiten Halloween-Event wird es ein Fahrzeug geben, welches versuchen wird, dich zu überfahren. Dieses Fahrzeug ist aber besonders, da es ein brennendes, anscheinend unzerstörbares Fahrzeug ist. Wenn du nicht zu Fuß bist, wird dieses Fahrzeug anscheinend dich ignorieren und wenn du Feuer fängst, wirst du von dem Feuer in GTA Online sterben. Wenn ihr mehr Informationen zu GTA Online und Co. haben wollt, dann folgt mir hier und auch auf YouTube.